Ewald Schillig, das Modell Florenz. In einem wunderschönen Dickleder. 140 Farbton Taupe. Ein zierlicher Zweisitzer mit 152 cm und ein riesengroßer, großzügiger Dreisitzer. Da könnt ihr es nicht wirklich schlecht machen hier, wa? Mit 2,15 m, da kann auch mal einer drauf schlafen. Der Rücken ist zum Zweisitzer vollbezogen, beim Dreisitzer nicht, der steht sowieso an der Wand. Ja, dann würde ich sagen, das ist ihr neues Sofa. Sie sehen, schön bodenfrei für den Staubsauger. Ja, wer zuerst kommt, darf es haben. Dann rufen sie an.